Hab gerade erst eingeschaltet. Kannst du den Run nochmal neu starten? Ja klar, kein Thema. Für dich starte ich den Run gern nochmal neu. War ja gerade auf PB-Pace und kurz vor Ende. Aber klar, natürlich kann ich das machen. Programm verlassen. Zu Windows will ich eigentlich nicht zurückkehren. Aber natürlich, wenn das dein Wunsch ist, dann starten wir den Run halt nochmal neu. Klar, warum auch nicht? Hast du sonst noch einen Wunsch? Soll ich dir vielleicht in deinen Mund pissen, dich anscheißen, dir die Haare abschneiden? Hast du sonst noch einen Wunsch? Überleg dir das. Ich mach nur eine kurze Toilettenpause. Da kannst du dir das gerne nochmal überlegen, was du für Wünsche hast. Ich erfülle natürlich jeden Wunsch hier. Gar kein Thema. Wir sind ja hier beim Wunschkonzert. Oder wo sind wir hier? Geist. Wir sind ja hier beim Wunsch remindstellen. Ich rieche als Tisch. Komm それ bitte wir uns und esпар Brock auf das Gesicht fällt.